Das Stativ irgendwie fester machen, weil wenn wir den mit hier machen, hier, dann macht das Stativ einmal so einen Satz. Hast du einen Akkuschrauber und einen Spax dabei? Schrauben. Das wäre super, weil dann können wir das einfach festmachen, wenn es für euch okay ist. Du musst erstmal den Typen bitten. Ja, danke. Das Köpfchen ab. Ich bin noch nicht so ganz dran, wann welcher Sprung kommt. Ich bin auch gespannt, ob ich Sinn kriege. Du hast ja jetzt da mehr Übung. Jetzt machst du den. Soll ich dir das Stativ festhalten? Nein, lieber nicht. Das wackelt nicht. Ja, Mann. Den haben wir ja im Bein trinken. Und jetzt muss man schön reinziehen. Nein, nein, nicht reinziehen. Nur schnell da rüberkommen irgendwie. Ja, Mann. War gut? Ja. Kein Huckel? Nein, alles gut. Alles gut. Ja, Mann. Jetzt hätte ich den Empfehler oder so. Ja. Ich hoffe. Das ist eine gute Aufnahme. Genau so musst du das machen. Und die da hinten ist auch echt scheiße, weil da musst du auch wieder komplett in die andere Richtung. Aber das ist machbar. Okay, das war's, ne? Das war die 11 wieder, ja. Okay, und schönes Pferdchen. Und danke schön, liebes Pferdchen. Und jetzt kommt's zum Stehen, dann bin ich fertig. Schön. Cool. Next.